Bei diesen Online-Spielen bescheißen Sie ihn mir nicht mehr, Freundchen. Internet bedeutet Freiheit. Freiheit ist eine gute Sache, keine Frage. Aber Freiheit muss auch Ihre Grenzen haben. Genau da komme ich dann ins Spiel. Nein, 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 ich brauche es nicht. Ah, nein, nein. Seine flauschige Heimat ist der Kommentarbereich. Ich habe Ihnen alle Ihre Kommentare mal mitgebracht. Und hier haben Sie die Nummer der Telefonseelsorge. Die hören Ihnen gerne zu. Im Internet bin ich quasi der Hausmeister, der Mann, der sauber macht. Der Durchschnittsbürger weiß doch noch gar nicht, was da alles auf ihn zukommt. Sie sind Beach Babe 89, blondes Haar, Cheerleaderin und voll auf der Suche. Da tun sich Pfründe auf. Ich sage nur Hashtag Neuland. Muss man mal ganz klar sagen. Na ja, manchmal muss man auch mal ein Auge zu. Wissen Sie, ich sage immer, andere Leute haben ein Büro, aber ich, ich habe einen ganzen Zug.